Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 39.900 US-Dollar. Wenig Veränderungen im Gegensatz zu gestern. Wir haben unseren Widerstandsbereich jetzt erneut oder wieder mal mehrmals angetestet. Sind sogar gestern knapp über diese 40.500 US-Dollar Marke gekommen. Leider nur ein ganz ganz kurzer Close darüber und sofort wieder abverkauft worden, bis wir dann auf 39.500 US-Dollar abgefallen sind. Seitdem kaum Bewegung, kaum Volumen. Ihr seht es hier, das könnte sich auf jeden Fall im heutigen Tag ändern. Wir kriegen auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr News zusammen. Und die Woche neigt sich so langsam aber sicher wieder dem Ende entgegen. Plus die Aktienmärkte, die werden wir uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir hier noch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es so nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr beide Links für die Gruppen, findet ihr unten kostenlos in der Videobeschreibung. Und außerdem, wenn ihr das Ganze traden wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingings empfehlen. Dort könnt ihr Forex, Krypto und natürlich auch die Stocksmärkte traden. Ja, würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 39.900 US-Dollar. Wenig Veränderung zu gestern. Wir haben ja gestern noch darüber gesprochen, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, dass wir nochmal ein tieferes Tief sehen. Das heißt, wegen unserem einerseits S1-Pivot, der also Manfleet-Pivot, der hier unten bei 38.381 US-Dollar liegt, der wurde noch nicht angetestet. Außerdem diese ganz, ganz kleine Ineffizienz, die hier noch kurz vor diesem Pivot eben liegt, die wurde auch noch nicht gefüllt. Und das andere, was wir uns ja auch gestern angeguckt haben, war einfach, dass wir jetzt keinen wirklich bullischen Daily Close mehr bekommen haben. Das heißt, die letzten zwei Tage war auch diese gelbe Linie, wo vorher immer unser Support war, ist jetzt zu Widerstand geswitcht. Das haben wir auch gestern eigentlich ganz gut gesehen. Wir sind nach oben hin geballert Richtung 40.500 und sofort wieder abverkauft. Und der Daily Close war eben auch darunter. Also nicht wirklich bullisch derzeit. Trotzdem denke ich, sobald wir hier über die 40.200 US-Dollar wirklich mal einen Daily Close wieder drüber schaffen, weil das Volumen an sich ist momentan eigentlich gar nicht so verkehrt, dass wir dann auf jeden Fall auf Daily-Sicht zumindest die Möglichkeit haben, hier nochmal Richtung 41.500 bzw. 41.800 US-Dollar hochzusteigen. Und das deckt sich auch weiterhin mit unserer kleineren Analyse. Das heißt, im 1-Stunden- und 4-Stunden-Timeframe gehen wir mal in den 1-Stunden-Timeframe. Kurzfristig ist es natürlich, wie gesagt, immer noch möglich, dass wir hier nochmal so eine Art doppelten Boden bilden. Das wäre dann auch nochmal einfach die Long-Möglichkeit, die wir haben. Ansonsten Volumen auf den kleineren Timeframes komischerweise absolut miserabel. Nochmal zum Vergleich, Daily eigentlich sehr, sehr gut im Vergleich zu den letzten Wochen, die wir hatten. Aber auf den kleineren Timeframes, 1-Stunden-Timeframe, ist das Volumen wirklich, wirklich mager. Da ist das Abverkaufsvolumen deutlich größer. Hat natürlich auch damit zu tun, Grayscale verkauft eine Menge momentan weiterhin, beziehungsweise wir wissen nicht, ob sie direkt verkaufen oder ob die einfach wiederum OTC zu BlackRock oder sonstigen anderen einfach hingeschickt werden. Darf man auch nicht so pessimistisch sehen, was dann eher pessimistischer gesehen werden sollte. Wenn dann noch Mt. Gox dazu kommt, es sind glaube ich auch 142.000 Bitcoin und dann noch diese Celsius, die aus der Insolvenzmasse da auch noch rausgeholt werden. Aber gut, es ist dann noch ein kleinerer Batzen, 10.000 BTC. Da lacht sich Grayscale halt einen Arsch ab, weil sie schicken sich momentan zwischen 10.000 und 15.000 BTC weg. Aber gut, sollte jetzt alles nicht zu dramatisieren. Momentan fängt der Markt das wirklich noch sehr, sehr gut auf, trotz dieser großen Summen, die da auf die Börsen oder zu Coinbase teilweise geschickt werden. Ansonsten, wie gesagt, kurzfristig dieser Abverkauf nach unten hin wäre gar nicht so verkehrt, weil wir dann einerseits zweifachen fetten Support hier einerseits natürlich getestet hatten. Wir hatten hier, hier nochmal ein bisschen reinzoomen, die 4-Stunden-Demand-Zone plus noch diesen WIG. Also ich sage mal so 38.1, 38.2, das wäre so das Maximum, wo ich mir derzeit nochmal vorstellen könnte für einen Abverkauf, der zumindest kurzfristig kommen könnte. Das wäre dann auch nochmal der Stop-Loss für alle, die hier unten nochmal irgendwie in die Position rein wollen. Das heißt hier zwischen, ich sage jetzt mal 38.600 und 38.300 und dann der Stop-Loss hier drunter unter 38.200 auf jeden Fall. Wenn wir uns dann mal so das Risk angucken, würde hier, dann würde ich knapp unter 38 liegen, weil man bei 1,65% ist absolut im Rahmen meiner Meinung nach und wäre auf jeden Fall ein gängiges Setup. Ja, ansonsten zweiter Take-Profit für alle, die schon hier mit in den neuen Positionen mit rein sind. Weiterhin hier oben bei 40.700 US-Dollar, da gehe ich auch weiterhin davon aus und den dritten dann hier oben zwischen 41.500 und 41.700 US-Dollar. Wenn wir das Level hier oben, wirklich die 41.800 US-Dollar, wirklich nach oben hindurch brechen, wovon ich momentan noch nicht wirklich ausgehe, auch wenn wir hier jetzt drei fette Abverkäufe hatten, das heißt theoretisch könnte das wirklich der letzte Abverkauf gewesen sein, nur noch jetzt ein doppelter Boden und gib ihm nach oben. Sollten wir das Level durchbrechen, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir nochmal die 45k sehen und dann die nächste Welle nach unten hin in Richtung, ich sage jetzt mal 35.000 bis 30.000 US-Dollar. Also an dem großen Abverkauf bleibe ich noch ein bisschen dran, aber ich würde jetzt einfach nicht meinen Arsch darauf verwetten. Wenn ihr Bitcoin noch kaufen wollt, kauft die ECA in solchen Bereichen, hier zum Beispiel bei 38.500, so wie wir es gesagt haben. Nächster Bereich dann hier bei 35 und dann bei 30 und 28.000, das sind einfach die fetten Buy-Zones für die nächsten Wochen. Gehen wir rüber zu Ethereum, wie sieht es dort aus? Hier die Erholung momentan noch ein bisschen fehlgeschlagen, nachdem wir hier am Pivot zurückgewiesen wurden, aber hier gehe ich auch weiterhin davon aus, dass wir hier auf jeden Fall, zumindest wenn sich Bitcoin weiterhin daran hält, nochmal ein bisschen höher steigen und dann aber auch nochmal diesen Abverkauf hier runter in Richtung 2070 US-Dollar auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Also hier können wir uns eigentlich eine Analyse sparen, weil hier hat sich seit gestern überhaupt nichts getan. Also hier bleibt der Fahrplan gleich nochmal hoch und dann auf jeden Fall den Abverkauf nach unten hin fortsetzen. So, dann schauen wir mal noch ganz kurz auf die News. Was steht heute an? Wir haben das Bruttoinlandsprodukt, ganz, ganz wichtige Zahlen für die USA. Wie entwickelt sich das? Ich glaube, in Deutschland war es rückläufig. Mal schauen, wie es hier ist. Natürlich die ersten Anträge, die Folgeanträge in den USA, reale Konsumausgaben stehen auch noch an. Und ansonsten, ah, Pressekonferenz der EZB ist heute auch noch für alle, die es interessiert. Ansonsten ist es, ah, FED Balance Sheet könnte vielleicht auch nochmal interessant werden, abends um 22.30 Uhr. Also heute wieder deutlich, deutlich mehr, was los ist. Aber natürlich das meiste um 14.30 Uhr. Das heißt, es könnte dann natürlich dann auch Auswirkungen auf potenzielle Trades haben. Und da fangen wir mal ganz kurz an mit dem Euro gegenüber dem US-Dollar, der sich noch nicht das zweite Ziellevel hier unten abgeholt hat. Das könnte aber heute dann im Laufe des Tages kommen, sollte nämlich die Lage doch nicht mehr so positiv sein. Dass wir wieder so extreme Schwankungen bekommen, auch beim DXY natürlich, dass da ein bisschen mehr Schwankungen kommen. Oder sich auch hier dann unser Abverkauf endlich fortsetzt. Weil hier bin ich weiterhin eher short gestimmt, habe ich euch ja erzählt. Und momentan greift auf die Analyse, die wir besprochen haben im Marktausblick, dass wir hier die Ineffizienz holen, die minimal verrutscht ist. So, jetzt aber die Ineffizienz hier oben geholt haben. Und von hier aus dann eben diesen Dump nach unten hin zu sehen. Für den DXY sollte das BIP heute verdammt schlecht sein. Also momentan Analyse perfekt eingetreten. Short sollte getriggert sein bei den Leuten. Ansonsten lohnt es sich meiner Meinung nach vielleicht hier noch reinzuspringen. Ja, 0,5, 0,8 Prozent. Also wäre noch ein potenzieller Short auf jeden Fall drin mit Abverkaufslevel hier unten. Schauen wir uns Gold an. Gold weiterhin hier in unserer Range. Könnte sich noch im Laufe des Tages dann auch möglicherweise noch vor den Zahlen unseren dritten Take Profit holen. Und dann möglicherweise auch unsere Verdopplung. Weil wenn die Zahlen absolut scheiße sind und das BIP scheiße ist, wird natürlich auch Gold wieder extremer nachgefragt werden. Weil es natürlich auch der Wirtschaft scheiße geht. Dann die traditionellen Märkte S&P 500. Nasdaq weiterhin auf All-Time-High-Niveau oder immer wieder an neuen Highs dran knüpfen. Also hier spricht das Einzige, was momentan hier für einen Short spricht, sind die Divergenzen. Aber die sind auf einem 4-Stunden-Time-Frame. Auf einem 1-Stunden-Time-Frame sind die noch relativ, also sind sie natürlich da, aber die höheren Hochs sind hier alle noch bestätigt. Da müssen wir dann auch mal gucken, ob wir vielleicht hier im Laufe des Tages nochmal zumindest an den R2 rankommen bei 17.790. Und dann erst einmal einen Abverkauf sehen. Also hier könnte es heute auf jeden Fall spannend werden für uns. Vor allem S&P 500 hat natürlich hier auch gleich den R1, also im Monats-Pivot R1, auch noch als Support bestätigt. Also hier ist auf jeden Fall noch etwas Aufwärtspotenzial gegeben für den Tag. So, damit solltet ihr gerüstet sein für den heutigen Tag, was traditionelle Märkte angeht und natürlich auch Krypto. Später kommt noch ein kleines Altcoin-Update-Video, wahrscheinlich VRA oder sowas. Werde ich mir noch raussuchen. Und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann später wieder zum Altcoin-Update-Video. Und ja, dann war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Und bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, Steak.